Da vorne ist er. Ich habe eine intelligente Rakete. Ja, schön. Gratulation dazu. Ich habe immerhin gerade mal Skywalker abgeschossen. Es bleibt nicht bei den 26 Punkten. Es sind jetzt schon mehr. Oh ja, oh ja. Der läuft genau vor mir weg. Da vorne ist er. Ich bin so dumm. Mann, ich meine. Klar. Oh, ich höre ihn schreien. Also nicht schwein, aber ich höre seine. Wo ist er? Ach so, du schießt doch nicht. Oh ja, oh ja. Okay. Intelligente Rakete voll in seinen Arsch. So knapp. Da reicht es nur für den zweiten Platz. Da reicht es nur für den zweiten. Immerhin eine Minute darf der andere noch mal ran. Ja, nein. Der soll jetzt schnell machen und schnell sterben. Durch meine Hand. Denk dran, dass du noch 10 Sekunden hast, oder so, dass der Charakter gewählt ist. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Nicht, dass ich dir das irgendwie absprechen möchte, aber... So, Leia. Wirklich? Ja. Du magst doch Leia sonst auch immer so gern. Geht das? Ja, schon. Ja, eben, siehste. Und hier ein Hot-Outfit. Rot, nicht hot. Und sie ist tot. She's hot. Und rat mal, wer ihm richtig viel Schaden zugefügt hat. Hier. Ich, ich, ich. Nope. C'est que de moi. Oh Len, du wirst tatsächlich noch Held. Ja. Vielleicht für 50 Kunden, oder so. Ja, aber bis die Runde, bis ich tot bin. Ah, sieben. Achso, bestimmt, ja. Ja. Knapper kann man, glaube ich, nicht mehr Held werden. Ne. So, let's go. Jetzt noch mal alles rausholen. Na, wo ist der Len? Finde den Len. Len Skywalker. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gottes Willen, ist das viel? Was zur Hölle? Sag mal, fünf Leute haben explosiven Schuss eingesetzt, oder so. Ja, ich nicht. Zweiter Platz, immerhin. Ja, immerhin. Ausgeglichene KD. Wollen wir jetzt Flugmodus machen, oder? Ja, mach mal. Ich finde das, ich finde es ein bisschen schade, dass man so sieht. Selten Held wird, eigentlich. So, einmal in zehn Minuten ist halt schon, vielleicht eine Minute bis drei Sekunden, die man dann hat, oder so. Er muss halt gut sein als Held. Ja, aber... Hast du ja gerade am Ende bewiesen. Hör, kriege ich keine Punkte dafür, dass... Och, gar nichts. So. Ich verlasse das Spiel schon. Also, es steht jedenfalls links unten. Okay. Das leid. Dann mache ich das, dann tue ich das dir gleich. Du kannst ja schon mal das nächste Spiel auswählen. Ja, ja. Wenn du das möchtest. Bei mir steht aber noch verlassenes Spiel, also. Ja, das steht bei mir auch noch da. Gut. Also, wir merken uns zum Punkt... Das sind wir auf derselben Wellenlänge. Das auch, ja. Zum Punkte sammeln der Modus gar nicht geeignet. Nee, das ist einfach nur der Spaß. Spaß an der Freude. Ja, aber ich finde, so ein Spaß sollte ja auch belohnt werden, gerade bei so einem Spiel. Und wenn dann die Modi so unterschiedlich viele Punkte geben, dann... Krabu? Ja. Das ist so ein perfekter Modus, wenn man zu 8 oder zu 9 ist. Ja, das schon, ja. Genau. In einer Gruppe. Das auf jeden Fall. Dann ist es witzig, ja. Das ist richtig witzig. Also auf Demeronger Forth. Ah, stimmt. Raumjäger der Rebellen und des Imperiums kämpfen um die Lufthoheit. Die Seite, die die meisten gegnerischen Schiffe und fliehenden Truppentransporte abschießt, gewinnt. Mhm. Gibt's eigentlich neue Flug... Nee, neue Flugzeuge gibt's nicht, oder? Nee. Ah, stimmt. Das ist bei dem DLC ja auch gar nicht dabei. Jägerstaffel. Oder? Genau. Vielleicht auf Bespin, das wär geil. Ja. Also wenn's... Besser wenn keine Jägerstaffel gibt, also dann ist echt vorbei. Also, tschuldigung. Wolken... Wolkenstadt. Wolken. Ja. Luft. Ja. Also... Das war ja wohl das geilste, um die Wolkenstadt damals schon rumzufliegen in Star Wars Battlefront 1. Vor allem diese Mischmap einfach. Also wenn's sowas nicht gibt, wo du halt fliegen kannst über die Wolkenstadt rum und auf der Wolkenstadt kämpfst. Also sowas bitte, ja. Im nächsten DLC. Wird's nicht geben. Doch wird's geben. Nicht gleichzeitig. Doch. Nee. Muss es geben. Nee, leider nicht. Ja, ich weiß, das wird's nicht. Vielleicht in Battlefront 2. Doch wird's geben. Es gibt's ja schon. Es gibt's ja hier auch schon. Ja, aber das sind halt die großen Modi. Achso. Ja gut, aber wenn sie ne... Na ja, vielleicht machen sie ne... Ja, genau. Machen sie halt Gefecht in groß. Mit 64 Spielern. Jägergefecht. Wow, das sieht cool aus. Das wie sie... Ja. Wow. Die Berge sehen cool aus. Sehr, sehr viel schnell. Dann schießen wir mal die Bauern-Telpel ab. Dann müssen wir da reinkommen in den Modus. Warte mal, wie kann man beschleunigen? Ah, so kann man beschleunigen. Der ist entkommen, das kann nicht sein. Und den ersten X-Wing abgeschossen. Ich mag den Modus. Und den nächsten reinge... Ohohohoho. Das warst du? Ja. Krass. Der ist aber in mich reingeflogen. Der hat zu mir rüber gezogen. Ich hab auf den geschossen, auf den du reingeflogen bist. Hast du wirklich zu den Kill bekommen? Nee, oder? Nee. Der ist schon du gekommen. Warum hab ich Thai-Väter genommen? Nein. Thai-Väter. 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 Kommt mir griechisch vor. Wenn und der Thai-Väter. Wie nennt man asiatischen Käse? Thai-Väter. Warum? Nein. Der Schnee ist ja echt krass hier. Nein, nicht mich abschießen. Das ist gemein. Ah, kacke. Immer diese blöden A-Wings. Oh, bitte, 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 bitte. Ich meine, das war der Typ, der auch in mich reingeflogen ist. Ich dachte, ich hätte den Millennium Falcon kaputt gemacht. Ey, unser Schiff entkommt. Wäre doch toll. Ja, eben. Ich war überrascht. Oh, ich hab sogar mal ein Spiel abgeschossen. Ja, den auf den ich gezogen habe. Ja, auf den hab ich schon sehr viel... Was? Niederlage. Oh, Mann. Oh. Hä, warum die Niederlagezeit? Wir sind in ein laufendes Spiel reingekommen. Ach so, okay. Ich hab keinen Kill. Willst du mich... Alter. Wir merken uns, wir waren jetzt ca. 3 Minuten im Spiel drin und ich hab 665 Punkte. Im anderen Modus hatte ich 1000 Punkte und wir waren ungefähr 10 Minuten drin. Bist du punktegeil? Max, willst du nicht Spaß haben, oder was? Nein, ich will Spaß machen und dafür auch belohnt werden mit Punkten, weißt du? Das ist dann die Krönung, verstehst du? Ach so. Ach so. Das macht ja natürlich dann noch mehr Spaß, wenn man sieht, man hat Spaß gehabt und dann kriegt man auch noch Punkte dafür, ne? Nein, ich versteh's nicht. Das ist okay. Gut. Kann ich mitleben. So, schau mal. Gibt's da eine... Ja, doch. Die andere Map war keine große Map, oder? Äh... Ja, die anderen Map waren keine großen. Das heißt, die wird's hier nicht geben. Ja, wahrscheinlich. Schau mal. Das heißt, wir haben Jägerstafel schon abgehakt. Ab zum nächsten Spiel Modus. Naja, so zwei, drei Spiele können wir schon noch machen. Ja, ja. Ey, ist der schon wieder? Echt? Ja, die andere Seite wahrscheinlich. Wow, weil... Ja, Rebellen. Das wechselt jetzt anscheinend auch immer, dass man beide Seiten abspielt. Aber das ist gut, dann seht ihr die Map noch ein bisschen... Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Die Map, vor allem dieser Schneesturm, der... Schon... Ganz cool gemacht, oder? Auf jeden Fall. Da sind wir durchaus angetan, würde ich behaupten. Angetan, 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 angetan. Ja, Lenn, genau da sind wir genau das sind... Oops. Ah, 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 ah. Ich nehme mir den E-Wing. Mal wieder E-Wing. Meine Meinung nach, das beste... Das beste Flugzeug im Spiel. Ich finde zwar eigentlich nicht so das coolste, aber... Es ist zumindest das Beste von den Werten, würde ich behaupten. Da hängt jemand hinten dran, ich schieße ihn ab. Uh, danke. Ich helfe den abzuschießen. Danke. Außerlichst du von selbst. Ach, den hast du gar nicht abgeschossen? Nee. Verdammt. Nein, 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 nein. Na komm. Ah, 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 ah. Die Map kleiner als die anderen. Jawoll. Was? Die Map kleiner als die anderen, man wird irgendwie etwas abgeschossen, hab ich das Gefühl. Also ich wurde sonst nie so oft abgeschossen in dem Modus. Das ist der Modus. Der ist neu. Da wird man häufiger abgeschossen. Das ist ein doofer Modus. Ja, es gibt weniger Bots, deswegen... trifft man häufiger auf Gegner oder... ...Gegner trifft man häufiger auf dich. Ich fand das mit Bots besser. Glaub ich dir. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass man dann zu viele Punkte gemacht hat im Modus. Also... Zu viele Punkte gibt's ja gar nicht, aber... Wohl gibt's nicht ja das Helden-Symbol auf der Karte. Weißt du auch nicht, oder? Naja, weiß ich nicht. Ah, ist die Slave-1. Das ist schlecht. Ich kann mal sehen, die Slave-1. Ich kann mal sehen, die Slave-1. X-Wing, geh weg! Schön. Ah, ich muss auf die Tilefighter schießen. Da war eher was. Ich werd angeschossen. Na komm. Na komm. Na komm. Jawoll. Ein Hai-Jäger. Na komm. Jawoll. Das war sogar ein Bot. Verdammt, den hab ich nur beschädigt. Verdammt. Das war sogar ein Bot. Das war nur ein Bot. Der hat ziemlich, äh... Achso, ausgewichen. Bin ich besser geworden? Die KI ist, ansonsten... Ich weiß es nicht. ...wann ja meistens eigentlich eher Kanonenfutter, so ein bisschen. Ja, irgendwie schon. Oh, ja. Oh, nein! Oh, ich bin Stufe 29 mittlerweile. Wuuuh. Hehehehe. Len will seine Stufe 100 gefühlt. Gefühlt. Ja. Ich hab's so lange gespielt, dass ich Level 100 verdient hätte. Hehehe. Ja, man braucht doch recht lange, wenn kein Double XP-Wochenenden sind zum Aufsteigen. Oh! Wo war das... Oh, ich schwörs euch so nahe. Seid ihr noch nie an der Slave-One vorbeigeflogen, wie ich gerade? Hehehehe. Alter, ich bin gerade noch abgetaucht. So viel Schnee. Das war sehr knapp. Oh. Der hat ja noch so viel Leben. Der will ich mich nicht anlegen. Aber das... Ja. Du kannst hinter ihr fliegen und auf sie draufschießen. Das bringt Punkte. Ja. Aber ich kill doch wieder. Ich eigentlich auch. Deswegen killt die Sachen, die ich kaputt enthält. Vor allem, ihr schafft es eigentlich zu entkommen so schnell. Das ist gut. Hihi. Slave-One ärgern. Hehehe. Ja, nicht abbremst Slave-One. Das kann ich auch. Pass auf! Du hast mit dem feindlichen Jäger am Hack! Oh! Jäger am Hack! Jäger am Hack! Den mag ich da eigentlich nicht haben. Den feindlichen Jäger am Hack! Am Hack! Jaha! Ich hab Iya! Was hast du? Ich hab' ihn. Und dann hat er mich. Und dann anders. Schade. Nicht anders. Nein! Wie hast du mehr Punkte? Hör auf auf die Slave-One zu schießen! Ich schieße gar nicht mehr auf die Slave-One. Das war ein ganz kurzes Intermetzello. Intermetzello? Ja. Das ist wie ein Intermetzello, nur mit Metzeln. Achso. Wow. Das war ein Wortspiel. Das war eine Wortvergewaltigung. Nein, 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 nein. Ich habe einen Schuchel, du kannst mir gar nichts. Du magst es Spielereien nennen, aber sobald das Wort damit nicht einverstanden ist, ist es eine Vergewaltigung. Was war das so? Oh, Mann. Danke. Wo muss ich denn hin? Wo ist das? War das Lebensenergie? Nein, das war, glaube ich, keine Lebensenergie. Ah, Kacke. Ah! Big swing. Genau, Kacke war auch so meine Einstellung gerade dazu, als ich abgeschossen wurde. Glaube ich dir. Mal wieder Held sein. Alter, könnt ihr aufhören, wie ich es weiter zu schießen, wie ich zerschießen will? Ich habe gesagt, könnt ihr damit aufhören, bitte. Oh, dann müssen wir was angreifen. Ging mir aber auch gerade so. Was? Wir sind ja schon wieder ausgeglichen. Äh, wieso kann ich nicht mehr. Verdammt. Hat inzwischen auf das Transportschiff draufgeschossen, dann hat es auch nichts geholfen. Ja, ich habe draufgeschossen. Äh, schossen. Aber es hat sogar noch relativ viel Lebensenergie eigentlich. Äh, kümmern wir uns mal besser drum. Ändern wir das mal am besten. Ich kümmere mich tatsächlich um die Tile, weil wir gewinnen das Spiel sogar. Äh, du kümmere dich um den Transport, ich kümmere mich um das. Wir haben nur noch acht Sekunden. Ja, wir gewinnen ja. Oh nein, wir sind zwei hinten. Okay, jetzt. Nein, wir sind gleich. Was, was? Wir sind vorne. Mitte. Mitte. Nein, letzte Sekunde haben sie noch mehr geholt. Oh, geht weiter. Oh, okay. Ach, das war der, ach, das war der Transporter, der abholt. Nein. Verdammt. Vielleicht hätte ich doch Kills machen sollen. Joa. Hm. Immerhin, immerhin. War doch eine ganz angenehme Runde. Imatsunobu. 0816. Findet Talent gut, oder? Ja. Es ist nicht 0815, es ist 0816. 0816, ne. So, 29 bin ich mittlerweile. Von 60 Stufen? 50? Da, 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 da. Wie viel gibt's mittlerweile? 60. 60. Der, der, ähm. Ah, wie heißt der? Hondo. Wie heißt die Rasse von Hondo? Du fragst mich Sachen. Ja, ich hab's gewusst mal. Ja, ich hab's auch mal gewusst, wusste ich. Auf jeden Fall Hondo. Die Rasse von Hondo ist Level 60. Ah, okay. Und zwar, ach nee, wir sind Imperium, da kann ich jetzt nicht nachschauen. Twi-Legg hätte ich ja cool gefunden, wenn's die schon so mit Stufe 30 geben würde. Hä? Glaube ich denn nicht. Doch, doch. Doch, doch, aber gibt's leider nicht. Es ist leider nicht vergönnt. Freunde im Spiel, keiner. Lenn? Ja, ich bin doch nicht dein Freund, wir sind Partner. Ach so, Partner, ach das geht über Freundschaft hinaus, äh, Freundschaft Plus ist das dann. Das ist, wenn man die Freundschaft vertieft. Ich möchte nicht wissen, wo du sie vertiefst. Äh. In welche Tiefen du hervordringst. So, äh, wo waren wir denn eigentlich? Wir waren ja hier gerade mit dem Thai-Interceptor unterwegs auf der Jagd nach X-Wings oder A-Wings oder beiden. In unerforschten Höhen. Das war, weil er ihn von mir abgeschossen hat. Das war, als ich auf Deins bezogen bin. Hat mich schon, äh, gefunden. Ja, die halten immer so viel aus, die gegen das ist ja wahnsinnig. Wow, wow. Hä? Ach, E-Wing. Was sonst? Was sonst? Da ist ein X-Wing, der will zerstört werden. Warum macht man nicht, wie kann man nicht mehr automatisch einstellen, dass man mit dem Jägerstein... ...startet. Könnte sich das ausweichen, manöver? Um das mal zu zeigen. Ach, wir wollen. Wir haben ja noch so ein Tempo-Boost. Stimmt. Ah, das sollte ich auch mal öfters machen. Das Helden-Symbol. 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 Nein, ich werde angegriffen. Nein, nein. Nein, hat der mir nicht hier das Helden-Symbol weggeschnappt von meiner Nase. Ich hasse dich. Nein. Schade. Ja, ich wollte dich zu schnell fliegen, weil ich sonst hier reingeflogen wäre in die Canyons. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Hat sich weit, weit entfernt verlassen. Ah, da ist er. Ne, das ist er nicht. Das ist der von den Gegnern. Egal. Jetzt bin ich auch noch abgeschossen worden. Mann. Man wird hier auf Vize-Welten-Held. Hier sind die Helden- Hier sind diese Helden-Flieger auch viel zu stark. Also immer fünf Minuten oder so ist man mindestens das Held. Also wenn man selber Held ist, ist das natürlich cool, aber wenn man so knapp verpasst und der andere dann ewig Held ist, ist das eher nicht so cool. Kaputt ist er. Oh nein, das war der Falcon. Ja, da ist der Falcon da vorne. Unenium-Falcon. Der battle sich gerade mit der Slave 1. Und das Lade 1? Ja, so ist es. Oh, unsere Lambda-Fähre muss beschützt werden. Nein, ich will nicht schon wieder abgeschossen werden. Nein. Der Falcon. Ja, der Falcon natürlich. Was sonst? Was sonst? Kakau. Also ich muss sagen, ich fand den Modus, wo noch mehr Bots dabei waren, eigentlich lustiger. Da war mehr los. Und man wurde nicht da und abgeschossen. Ja. Den Modus haben sie nicht unbedingt verbessert, meiner Meinung nach. Beim Heldenjacken. Ja. Das ist ein Challenge. Beim Heldenjackenmodus lasse ich es mir ja noch erzählen, dass er cooler geworden ist. Aber hier. Ja, Säcke. Dafür kriegst du ein paar drauf, du Falke, du gemeiner. Das ist mein Weihnachtsmann. Hier fliegen gerade drei gegeneinander und alle schießen auf den Falken. Wir machen denen gerade richtig Schaden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, das war knapp. Aber du entkommst es nicht. Nee, nee, nee. Nicht mit uns. Okay, den Falken haben wir gleich. Jawoll. Der ist ihn von alleine. Hat er sich umgebracht. Sehr schön. Ist einfach in den Brunnen reingeflogen. Yay, er hat noch einen weiteren Kill gemacht. Oh mein Gott, ich habe jemanden in die Felsen getrieben. Ja, das haben wir bei Falken auch gerade gemacht. Ist er in den Felsen reingeflogen? Ja, er hat aber schon fast keine Lebensenergie mehr gehabt. Also, er hat sozusagen aufgegeben. Was? Den habe ich ja wohl nicht abgeschossen. Never surrender. Ja, doch. Der Falk in dem Fall schon. Wo ist denn eigentlich? Ich bin hier. Nee, ich warte schon wieder darauf, dass das Heldensymbol erscheint. Den da. Nein, lasst unsere Slave I in Ruhe. Die brauchen wir noch. Okay, das war schlecht geschossen. Ah. Ja, ich klebe ihm richtig schön hinten dran. War nur gerade etwas. So, Slave I lebt weiter. Ich muss zurück in die Schlacht, aber davor werde ich zerstört. Wurde die abgenommen. Die Bürde. Oh, da unten müssen wir uns angreifen. Dann machen wir das doch. Bin da eh gerade auf dem Weg. Unterwegs noch einen X-Wing mitnehmen. Und weg ist er. Angreifen. Nein, 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 nein. Ich will mich schon wieder abschießen. Und kaputt. Und der ist auch kaputt. Dieser kommt schon von den Gegenden an das Transportschiff? Ja, das ist kaputt. Ich habe noch einen anderen kaputt gemacht hinterher. Oder ist ein Millennium Falki der mich? Warte mal, die Slave I ist ja gerade... Ist ja gerade eben schon wieder rumgeflogen. Das heißt, sie... Hat aber nicht mehr viel Lebensenergie gehabt, oder? Die Slave I? Ich kann es dir nicht sagen. War jedenfalls mein letzter Stand. Und was war dein letzter Sitz? Weiß ich nicht. Und der Falk hat mich mal wieder erwischt. Aber ich muss sagen, die Matche sind ziemlich ausgeglichen. Also, jetzt von der 50 zu der 47 schon wieder. Das war's nicht so gut für uns, aber... Hm, kaputt. Na, geh mal Leute abkommeln. Mach ich. Bin dabei. Den einen hat mir hier aber gerade schon wieder jemand anderes weggenommen. Okay, da wollte ich mich einmischen. Gibt es dazu. Da stößt jemand ab. Das ist nicht gut. Ich bin erledigt. Boom. Kaputt. Na, komm. Nein. Wer schafft das in letzter Sekunde mir noch zu entkommen, Mann? Nein. Okay, wir verlieren die Runde auch. Ja, ich schaffe das. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Auch wenn ich keine Punkte kriege. Ich verstehe nicht, wie man hier Punkte kriegt. Gegner abschießen hilft manchmal. Ja. Ich habe die zweitmeisten Kills. Sehr. Aber nicht gegen Bots. Ach, komm, machen wir den Falken noch ein bisschen. Ja, ich schieße ein bisschen auf den Falken auf. Nein. Okay, diesmal war es irgendwie, ging es ja ziemlich schnell plötzlich. Boah, es war ja 147 zu 153 und dann ist es plötzlich das Blatt gewendet für uns. Es wendete sich das Blatt. Es wendet sich das Blatt. Blatt, 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 Blatt. Blatt, 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 Blatt. Wo ist Blut? Bei Arrow in Central City. Das stimmt. Da ist der Blatt. Ja. Und er kandidiert. Spoiler? Ich wollte gerade noch einen Spoiler dranhängen, aber habe es mir dann doch verknitten. Ich weiß es nicht. Ich sage das für nichts. Das ist Staffel 3, oder? Ne, 2 ist es, glaube ich. Mensch. Wo bist du gerade? 3 fertig. Okay. Bei Arrow. Oh Gott, ich muss mir das Staffelfinale noch anschauen. Mach das. Staffel 5. Oder war es 4? 5? Echt, gibt es so viele schon? Ich weiß nicht, ich habe nur 3 geschaut. Ich habe alle geschaut, die es auf Netflix gibt. Ja, ja. Ja, dann ist gerade die 4. am Laufen. Staffelfinale 4 muss ich mir noch anschauen. Okay. Das kam letzten Donnerstag, also, letzten Donnerstag kann man auch sein. Nicht bei uns vermutlich. Ja, ich habe es mir noch nicht angeschaut, weil ich so enttäuscht war vom Flashfinale. Oh, da habe ich nur die erste Staffel gesehen und die erste Folge von der zweiten Staffel. Muss ich auch irgendwann mal weiterschauen. Der Part von Star Wars Battlefront ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dann wirst du nämlich in Zukunft kein Video mehr von mir verpassen. Und es lohnt sich auch immer, einen Blick auf meine Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten zu werfen. Dort bekommst du immer die neuesten Infos zu mir und meinem Kanal. Die Links zu den Seiten und natürlich auch zum Kanal vom Len 16, der Star Wars Battlefront hier mit mir spielt, findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.